ein tag nach halloween herzlich willkommen ja körper und ich wir haben uns gedacht wir machen heute noch mal eine runde weil es gestern so viel spaß gemacht hat jetzt hören er hat ja auch man muss ja schon mal sagen richtig aufgeräumt aber man muss wiederum sagen dabei alles nur pille patz ich habe alles nur spiel verstanden ich habe so das gefühl du sammelst diese steinchen und platziert einfach irgendwo wurde keine ahnung was man da macht da alle türen curry und und vor den orten wo du umlohn hast so und gestern gab es wie gesagt schon die erste folge bei curry auf dem kanal und bei mir und jetzt ist runde 2 dran natürlich auch wieder mit facecam ja das heißt richtig schön den schrecker sieht aber ladezeiten sind irgendwie länger die ladenzeiten sie sind heute irgendwie was ist denn jetzt hier los ey ja spooker mann was ist denn da los aber schöne zeichnungen auf jeden fall sah dein heft früher auch in der schule immer so aus und ich habe immer nur die die kästchen ausgemalt diese von diesem der rechenkästchen matte ne da diese ja ich kenne das macht sinnvolle rechenkästchen gemalt ey aber ich habe das gefühl in das spiel geschrottet echt haben wir das spiel geschrottet das glaube ich nicht dauert auf jeden fall länger ich glaube wir machen mal hier einen cut und sind in wenigen sekunden wieder da bleiben sie dran ihr walter freiwald werbung so da sind wir wieder hey dennis ich habe noch eine maske ausgesucht ja ich auch da rennete also ich hab mal wieder rot ne so wie das nicht gehört ich hab blau und ich hoffe man wenn man hier erstmal die tür auf der richtig schön verwirrt bist habe ich eine tür aufgemacht hat schon seine kugel abgeliefert da willst du mich verarschen nein du wichser du brauchst gar nicht meine kugel verstecken ich habe es genau gesehen ich wollte dich erschrecken aber ich war es war nicht voll wo ist der böser onkel ich weiß wo du gerade warst ich habe dich gesehen ich habe dich genau gesehen mein freund okay scheiß mal diesmal wird es glaube ich ein bisschen spannender da war auch ich habe das gefühl du verfolgst mich irgendwie vielleicht auch nicht weil das der paranoia curry ja vielleicht vielleicht aber auch nicht wo ist der kleine mafuyu heidel trau boi wo ist der kleine duren ja schade ne hast du gerade verkackt es läuft hier auf eine mucke was machst du das was hast du gemacht mein altar ist weg da ist wo mich jetzt ich hab was denn leben warum hey was das denn hey what the fuck was das ich hab ein problem warum hast du ein problem an der habe ich nicht alles gut es gefällt mir gerade ich bin gerade ich am ablosen hier ne alter der sammelt ja richtig man was soll ich scheiße jetzt der botheke ok leider jetzt muss ich mal ein bisschen aufholen hier 25.000 punkte hat er da wird mich verarschen wo bist der curry ich weiß es nicht du kleiner kotelett lecker wo bist du ich bin ein kleiner kotelett lecker alter auf jeden fall ach schade curry wo bist du man boi ich habe gerade ich herzklopfen ich werde den hier ne ah ah shit ah jetzt haut er raus jetzt hab ich dich gefunden mein freund aber wann wusstest du das weil ich dich durch die falle gesehen habe weil du zurück gesteutert wurdest Jawoll! Wie sieht denn der Skin so aus? Ne, man sieht den Skin nicht, man sieht nur so ein Licht, wie so eine Seele, weißt du? Ah, okay. Das ist aber... War nicht gut hier. Ey Horst, was macht der da? Mit deinem scheiß Licht, Mann. Verzieh dich. Ich will dieses Licht nicht haben, Mann. Ich hasse dieses Tor. Nein, geh weg, Tor! Was ist denn mit ihm? Ah! Scheiße, Mann, da verliert man Punkte. So. Okay. Bin ich. Komm noch her, Curry. Hey, komm noch her. Komm noch reden. Nee, nee. Alles gut, Mann. Mir geht's hier super. Ähm. Curry. Curry. Was denn? Was denn? Du hast gerade weggebracht, ne Kugel, ne? Oh, hab ich gerade die Kugel fallen lassen. Aber ich hab die... Okay. Schenken wir dir das mal, ne? Ich hab die Kugel gar nicht weggebracht. Ich hab die einfach nur fallen lassen. Aber wo ist dein Altar hin? Achso, du warst bei meinem Altar, okay. Alles gut. Okay, äh. Machen wir mal den hier, ne? Hm. Mal weitersuchen. Äh? Äh? Boah, ist knapp mit den Punkten, ne? Hm. Wir sind echt gut gerade am Start hier. Kann ich mir mal was sagt. Äh. Ja. Äh. Hä? Was denn? So. Schön. Was hast du gemacht? Mal ne Kugel weggebracht, du kleiner. Golomb du. Du kleiner Witzel. Ah! Ah! Was war das denn? Ah ja, ich hab... Ich bin mal in eine Falle gelaufen, ich Horst, Mann. Ich dummer Bummskopf. Oh! Ich vergesse immer, dass die... Ne, ne, du bist doch mal ruhig. Du bist doch mal ruhig. Du bist zu leise, Mann. Du bist auch ruhig. Hahaha. Wie ich immer vor Panik dann die Kugel wegwerfe, ey. Hahaha. Ja, Mann, scheiß drauf. Weg, 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 weg. Ich hab dich grad... Ich hab dich grad getrickt. Irgendwas ist grad passiert. Alter, was denn Kopf an Kopf fällt grade? Junge, Mann, wo ist der denn jetzt? Ja, wo bist du denn, Alter? Wo bist du denn, Alter? Oh, Mann, Mann. Oh, shit. Du bist irgendwo hier bei mir. Echt? Warum? Du bist im Computerraum, ne? Nö. Ach, komm. Ich bin nicht im Computerraum. Ich hab grad irgendwas gesehen. Ja, ich hab grad auch irgendwas gehört, aber... Ich bin mir nicht sicher, ey. Hahaha. Wo ist der denn dann? Ah! Was denn? Was ist das? Da kommt irgend ein Licht. Echt? Ist ja toll. Lass mich. Was ist das für ein Licht? Ich weiß es nicht. Lauf doch rein. Ah! Hahaha. Boah, es kommt ja weiter hergefahren. Ich komm hier raus. Du musst in das Portal laufen. Was ist das Portal? Da hinten. Schnell. Mutter, lass mich raus. Ah, ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Der hängt da fest, Alter. Ey, das wächst alles zu. Ich komm da nicht hin. Man muss den Weg finden. Das ist wie ein Glabberin. Wie lange häng ich dir jetzt hier drin? Wirst du durch das Portal läufst. Erzähl mir doch nichts. Ja, komm. Ah, wo ist er denn, hä? Wo ist er denn, ne kleine Dennis? Da, ich bin wieder da. Huh. Scheiße. Das hat mir super viel an Zeit und Punkten gekostet. Oh, ne, ey. Didi-dam-di-dum. 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 Was ist der denn? Was zum Teufel ist das denn? Alter, was war das denn, ey? Scheiße, Mann. Ich hab dich verfehlt und du hast... Oh, ne, ey. Oh, okay, 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 okay. Alter, ich hab dich verfehlt. Das gibt's doch nicht. Du warst direkt neben mir. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Fuck you, Mann. Ey, das ist echt scheiße jetzt, ey. Boah. Oh, oh, oh. Ich hab mich wieder selber erschreckt. Jetzt hängt so'n Ding runter. Ey, woher weißt du was denn? Weil ich das gesehen hab. Oh, 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 oh. Ganz knapp hier. Hab das gesehen. Oh, 62.000. Oh, 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 shit. Wo sind meine Kugeln, Mann? Du hast die alle versteckt, du Pisser. Mist. Wo sind die, Mann? Okay, 35 Sekunden noch, Mann. Brauchst du ne verkackte Kugel, Alter? Ja! Ja! Nein, wo ist meine scheiß Kugel? Ich brauch ne Kugel, Alter. Komm, komm, komm. Hab ich? Nein, 90 Sekunden noch, Mann. Oh, nein. Jetzt ist immer nix. Wo ist die denn? Ich hab hier ein Bild. Wo ist hier so ne Kack-Kugel, Alter? Sechs Sekunden. Wo ist mein Altar? Nein, ich schaff's nicht mehr. Ich hab ne Kack-Kugel, Alter! Yeah! Alter, ich hatte ne Kugel, Mann. Ich hatte ne Kugel, ey. Oh, Curry, Alter. Ich bin wieder back im Business, Alter. Oh, ich hatte ne Kugel. Ich wollte nur... Ich musste nur noch mein Altar finden, ey. Oh. Mega. Oh, Alter. Kommt, sei die Hillary Clinton angeflogen, ey. Geil, die Maske, ne? Okay, machen wir noch ne Runde, oder was? Äh... Machen wir noch ne Runde, komm, ja. Oh, geil, ey. Boah. Ey, das war spannend jetzt, das war echt spannend, ey. Ja, ja, kommt jetzt. Kommt jetzt. Curry! Ja, komm mal, komm rein, Leiding-Bude. Mrs. Clinton! Oh, Mann, ey. Oh. Ey, warum hast du eigentlich so ein Ding und ich nicht, ey? Ich will auch so ne Maske haben. Hast du? Äh... Ja. Aber ich habe jetzt jemand anderes. Curry. Machst du jetzt jemand anderes? Hm. Das ist bestimmt nicht Donald Trump. Nee. Vielleicht. Okay, Freunde. Also, wer macht das Spiel? Ey, Spaß, ey. Toll, ich weiß, ey. Das ist lustig. Aber Dorin hat er grad richtig. Oh, okay, okay. Wird gewürfelt. Oh, yeah. So, Geisterflamme, Runensicht, Zufarnsicht, Zauberschloss und Durchschluss. Oh, ich sag mal so, so Mitte Juli, ne? Hey. Oh, ich bin blau. Oh, shit. Jetzt geht's los, ey. Pompös. Auf blau, ne? Hä? Hier schwebt alles. What the fuck? Los geht's. Jetzt ist dein Attar schon wieder hier, das gibt's doch nicht, alter. Mann, du kleiner Pisser! Der ist hier, Mann! Ich bin auch da, ja? Ah, scheiße. Wie der nur darauf lauert, so weiß ich, weiß es doch, alter. Der Donald will Hallo sagen. Ja, ja. Komm mal rüber da. De, 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 de. De, 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 de. Vielleicht kommst du mal zum Schreibtisch, da liegen glaube ich... Echt? Liegt da eine Kugel oder was? Hast du da was hingelegt für mich, ey? Schönester Preis oder was? Ja, ja, da liegt was für dich, ne Überraschung. Geh mal gucken. Ach cool, ey. Komisch, dass ich da auch eine Kugel hingelegt hab von dir. Echt? Ja, die liegt direkt dahinter. Alter, ich bin aus dem Haus. Boah! Diese schäbige Dreckslache noch an den Typen, ne? Ey! Du Wixxer, das war eine Falle! Ach, nee. Alter, halt. Meine Fresse, ey. Okay. Du musst doch aufpassen. Hi! Was? Bist du mit mir in einen Raum? Weiß ich nicht. Pass mir in Ruhe, Cory. Spuky Spuk! Ich komm um dich zu holen! Und nicht um dich zu stehlen! Was? Was? Geh mal da. Oh! Was haben wir denn da? Nein! Wo ist der denn der Gnom? Oh oh. Oh oh. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber wo bist du? Wo bist du? Huhuhu. Warum bist du so leise, Mann? Scheiße, Mann. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hä? Hä? Wie der da die Kugel in den Flur legt, weil der mich locken will, weißt du? Und ich komm einfach von hinten, Alter. Was? Hör doch was abfüllen. Waaah! Ah, scheiße, Mann. Ich bin jetzt in meine Falle wieder gelaufen, oder was? Mann, leckt mich doch am Arsch. Ey, muss ich echt merken, wo die Fallen sind, das ist echt kacke. Fuck. Oh. Wo ist jetzt diese Scheißkugel? Und schon, ey, komm schon, Mann, wir können das doch packen lassen. Packen lassen. Oh. Oh. Ich muss eigentlich mal ein Altar. Ich hab gar keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht, du. Was wenn ich ganz dann ein Herzbruch anhöre? Weiß ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht. Ich weiß, wo dein Altar ist. Hä? Jetzt ist es woanders. Grad war es da. Hat eine Überraschung, ey. Durch diese Tür soll ich nicht mehr gehen, ey. Okay. Ich hab's gewusst. Durch welche Tür bist du gegangen, ey? Ah. Wie läuft's? Oh nein. Jawohl. Dreimal hintereinander erschrocken. Ich hab's doch gewusst, wo ich durch diese Falle gelaufen bin, dass der Gnome wieder um die Ecke kommt, ne? Mann. Ey, das macht echt Laune, Alter. Das ist voll nice. Ah. Ah, schön. Leute, ey. Was soll man dazu sagen? Ja, wenn ihr euch noch mehr Folgen wünscht, schreibt's mal in die Kommentare. Kommt noch was. Äh. Ich brauche jetzt erstmal. Ich musste erstmal Kinderserien gucken, damit die wieder runterkommen. Ach ja. Schön. Boah. Curry, ey. Respekt. Aber die erste Runde, äh, die zweite Runde hab ich nicht abgezogen. Ja, die war ganz geil. Ich wollte gerne einmal den Donald Trump ins Gesicht ballern, Alter. Die war ganz geil, ey. Einmal gerne den Donald ins Gesicht ballern, ne? Hast du das nicht einmal gemacht? Nee. Hast mich nicht gekriegt, ey. Da war ich zu schnell. Okay. Ach komm, machen wir noch ne Runde, Alter. Machen wir noch ne Runde, Alter. Ja, geil, Alter. Ja, geil, Alter. Kommt der Donald Trump. Dann kommt der Donald, ey. Okay. Make Halloween great again, Alter. Du musst ja eigentlich schon jetzt 2 zu 1 für dich. Ja. Also wenn du jetzt 2 zu 2 machst, ne, dann ist alles offen, dann guck mal, ob wir dann noch ne Runde machen. Ja. Oh, yeah. Huh. Scary. Curry. Oh. 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 Oh, was haben wir denn da Schönes, hm? Was haben wir denn da Schönes, hm? Hahaha. Welche Farbe bin ich? Blau hat mir mehr Glück gebracht. Ich bin rot. Äh, ich bin blau, meine ich. Ey, wenn wir jetzt wieder im selben Raum sind, in der Raste... Ne, sind wir nicht alles. Okay. Auf geht's und go! Berlin, wir haben hier gar nichts zu finden. Ja, ich bin ein kleiner Butze Mann und bin mit einem Baum herum. Bitte dumm. So, das ist schön. Da ist schon wel ein Blauskügelchen, ne? Hm. Zack. Nehmen wir die Kugel. Hm, hm. was war das ich hab's gehört landet war den daten wo du redest kann das wohl sein ich glaube der ist bei mir im raum bist du denn ich weiß nicht mal wo man antar ist echt wenn man ist das und ist das wo du fack war und ist das so ein schwarzes loch wirst du mal weil du weißt glaube ich dass ich in diesem raum bin das ist der kleine dass die schränke zu muss der kleine curry er lasst doch die schrecke zu das ist mir zu ruhig hier wo bist du ich weiß nicht komme der lecker mädchen wo wirst du ich weiß nicht wo ich bin wo wirst der curry ich hab da man für dich echt dann schau doch mal vorbei hier war was denn er schreckt mich immer durch meine eigenen fallen ich merke wo die sind aber das sagt sich so leicht mache ich auch nie nichts jetzt habe ich verpasst wie du hast mich verpasst lass mich was denn ich weiß dass du genau in meiner nähe bist du hohenbock wieder reingeschwebt kommen scheiße mann geil darf ich mich nicht nur einmal erwischen lassen ich habe dich bisher einmal erschreckt nur ne zweimal schon ne da steht einmal und oben ja 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 na loser alter ach ha 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 Bist du, Mann? Alter Schwede. Bist du denn, ey? Wo bist du denn? Wo ist Donald, hä? Donnie. Oh! Fick die Wand, ey. Scheiße. Ich weiß doch genau, dass du wieder die Kugel versteckt hast hier, weißt du? Hm? Ja, ja. Da spawnt keine. Was denn? Ah, was war das denn? Woher weißt du das immer? Ich hab dich ganz kurz gesehen, ey. Ich darf nicht rennen. So, wenn ich dich jetzt noch einmal erschrecke, dann ist es vorbei, mein Freund, ne? Ne, du darfst nicht rennen, dann sieht man das. Genau. Okay, Konzentration, Dinges. Ich muss es auch. Ich muss es doch auch einmal erschrecken können. Okay. Hä, was ist das denn? Was? Ey, warst du gerade im Computerraum, hä? Vielleicht. Ja, ich hab's gesehen, ey. War ja gerade im Computerraum, ja. Was ist das? Einmal noch verstecken, hämmert. Aber würde mir jetzt ja schon schaurig den Rücken runterlaufen, ne? Wenn ich jetzt daran denken müsste. Ah Mann, ey. Du bist doch immer in der Nähe, aber ich hab sie verfehlt. Echt? Hab ich sie? Hast du mich verfehlt? Tu mir beileide. Oh. Hat er die Falle zugeschnappt, ne? Wo bist du? Wo bist du? Ich hör dich doch. Lauf doch! Was ist das? Was war das? Komm, komm, komm. Oh, ein Bällchen. Juhu. Einfach weiterspielen, Dennis. Nicht ablehnen lassen. Zack. Was war das? Was war das? Was denn? Ich weiß, in welchem Raum du bist. Ich weiß, in welchem Raum du bist. Na, komm doch. Nö. Sie holen mich. Guck mal hier. Ich bin da. Ah! Oh nein, geh weg, geh weg. Bitte komm nicht. Ah, Mann, nein. Was denn? Hast du mich verfehlt? Juhu. Ich hab's doch nicht. Wo bist du? Guck dir die Türen schön aufmachen, ne? So, zack. Und wie die alle immer so knarzen. Was kommt jetzt schon wieder? Nein, es kommt wieder ein schwarzes Loch. Ah! Ich hab's auch nicht. Einmal noch. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, blaue Bälle, blaue Bälle. Ist der denn wieder? Mann, der ist noch voll Angst. Ah! Guck, guck. Ja, guck mal hier. Blaues Bällchen. Ah, ich seh dich, Mann. Du willst mein blaues Bällchen verstecken. Wir fallen, wir fallen es. Ja, wo bist du? Guck mal hier. Ich hab meinst in Land und jetzt wieder nicht. Und jetzt wieder wohnt und jetzt wieder nicht. Und jetzt wieder nicht. Das gibt's dann nicht, ey. Du rennst, ne? Oh, jetzt hast du dein Bällchen getragen. Ich weiß, wo du hingelaufen bist. Ja? Ja. Weißt du das? Wo bist du denn? Wo bin ich denn, Curry? Ah! Ich kann ihn nicht erschrecken, weil ich keine Power mehr hab. Hast du schon wieder verfehlen? Ach, Dennis. Hm? Hm? Wo bist du denn? Was jetzt? Ach, du Scheiße! Ich seh nix! Ich seh nix! Hallo? Ja! Boah, Alter, was hat der denn für ein Gesicht, Mann? Alter, boah, war der in der Sonnenbank, Alter? Hey, wie fies war das denn? Ich hab überhaupt nichts mehr gesehen. Okay. Scheiße! Ich bin aus dem FF mit, ne? Scheiße! Aber ich bin vorne. Zwei Minuten hast du noch meinen Freund, immer. Noch, noch, noch. Zwei Minuten hast du noch meinen Freund. Wo bist du? Wo bist du? Alles gut, Curry. Da-dam. Da-dam. Da-dam, 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 da-dam. Schön. Da-dam. Da-dam. Oh, im Computerraum liegen super viele Blaubällchen. Echt? Zwei, würde ich sagen. Dann schaue ich doch gleich mal vorbei, ey. Dann komm doch mal ran da auf den Meter. Ja. Hose dir doch mal. Schaue ich doch gleich so. Was denn? Warum hörst du auf zu sprechen? Die liegen hier so wie, wie auf dem Präsentierteller, ne? Echt? Wo liegen sie denn? Ja. Sag doch mal. Äh, im Computerraum, ne? Achso. Na dann. Da muss ich doch direkt mal reingucken. Würde ich auch machen. Ja! Möden! Ich hab zu viel Risiko gehabt. Ich hätt's machen müssen. Was denn? Ich hätt, glaub ich, gewonnen, oder? Du hast gewonnen, ne? Weiß ich nicht. Ach, scheiß, ich brauch die blauen Kugeln. Fuck! Ne, noch eine Runde. Stimmt. Wichser, 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 Wichser. Okay, da ist sie, da ist sie. Ja, 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 ja! Wo ist der jetzt mit der blauen Kugel hin? Weiß ich nicht. Solltest du dich lieber darauf konzentrieren, wo dein Pult ist? Solltest du dich nicht lieber darauf konzentrieren? Hm? 15 Sekunden hast du noch. Vielleicht wird's ja noch ein wahrer Traum, mein Freund. 9, 6, 5, 3, 2, 1 und BAM! Nein, Mann! Ja! Wo warst du am Schluss? Bei meinem Pult, ne? Bei deinem Pult, ja. Wo war der, ey? Ich hab's ja gesucht. Der war im Computerraum. Ja, Leute, das war dann eine neue Folge von dieses Spiel. Wie gesagt, wenn ihr euch noch mehr Episoden davon wünscht, lasst es uns in den Kommentaren wissen, dann kommt und dann war's. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mega laut, aber man ist so unfassbar angespannt, ey, man redet gar nicht mehr. Boah, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's good, Leute. Tschüss. Ciao. Was? Was? Unique principle. � Untertitelung des ZDF, 2020